Ich lebe dich gern im Dunkeln. Es ist ein ohnmächtiges, hoffnungsloses Gefühl. Jeden Tag tate ich Dinge, ohne den Sinn zu kennen. Jeden Tag liebte ich einen Mann, ohne seine Gedanken über mich zu kennen. Ich spürte, dass es Dinge gab, die er mir sagen wollte. Ich spürte, dass er alles wusste, was zu verbergen die einzige Aufgabe des Planens Schlüssels war. Aber Taos war unnachgiebig. Eines Tages verschwand ich ohne ein Wort. Er würde mich dafür töten, und das wusste ich. Es ist ihre Regel. Ich wollte nur sehen, wie er das Wässer in mich rammt, und dann würde ich es wissen. Aber der Tag kam, und so fragte ich mich noch immer, frage ich mich noch immer. In hopes, I would find some clue as to who he really was, and why he felt he had to keep his secrets locked away. I have precious little to show for it. Just an old woman, nagged by old thoughts. Sie reibt an einem Fleck auf ihrer linken Handfläche. Ich habe mein Leben damit zugebracht, so viel wie nur möglich über ihn zu erfahren. In Hoffnung, ich könnte einen Hinweis darauf finden, wer er wirklich war, und warum er glaubte, er müsste seine Geheimnisse unter Verschluss halten. Trotz aller meiner Bemühungen habe ich kaum etwas vorzuweisen. Ich bin nur eine alte Frau, die von alten Gedanken geplagt wird. Und das ist wirklich alles, was ich dir über Theos erzählen kann. Ich hoffe, dass du diese beschämte Geschichte als Zeichen meines guten Willen annimmst. Ja, das tun wir. Das ist wieder mal hart. Ich will über die Besinnungsanhörungen im Palast sprechen. Was ist mit ihnen? Die Spätszigaritte haben mich in ihre Dedikation aufgenommen. Gut. Avar Wolfgren sieht in den Spätszigaritten eine Stimme der Vernunft und Ordnung. Wenn du aus ihren Reihen sprichst, macht dich das für ihn vertrauenswürdig. Du musst keine Zeit mehr tun hier mehr tun. Geht zu den Palast. Mach dein Geheimnis zu den Duke. Mit ihm auf unsere Seite, all von Deerwood kann man sich mobilisiert gegen den Leaden Quay und Theos kann man sich rooted aus. Ich nur wünsche ich da, um es zu sehen. Es ist ein sehr altes Bottle von sehr guten Brandy, das ich habe für ein speziell Day geholfen. Wenn du nachher zurückkriegst, wird es vielleicht ein bisschen left für dich. Off with you. You're going to do very well in there. Gut, dann lebt wohl. Ja, ich weiß ja leider, wie das hier ausgehen wird. Ich glaube, das ist etwas, was man nicht verhindern kann. Okay. Dann mal raus hier. Und dann geht es zum Palast des Ducks. Ihr solltet mich zur herrenheilenden Unfall begeben, soweit wir möglich an den Anhörungen teilnehmen. Amen. 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 Äh, falsch. Da will ich nicht hin. Aber sie haben wenigstens schon mal aufgeräumt. Äh, falsch. Ich will auf die Karte, so. Da bewegen wir uns. Ich will auf die Karte, so. So, so nach Neuigkeiten. Auf Wiedersehen. Okay. Okay. Talisa, es wurde ein Platz für Sie auf der Galerie. Gehen Sie ins Obergeschoss. Okay. Talisa, komm mal ganz klein, wer hat uns von Ihrer Teilnahme unterrichtet. Die Galerie steht Ihnen nun offen. Dug Eva Wolfsgräsen. Der Raum darunter wird von einer lebhaften und aufgehetzten Debatte belebt. Alle Vertreter kommen sie deutlich in der Menge zu unterscheiden. Schmelzziegelritter steif in ihrem polierten Rüstung sitzen in einer Ecke. In einer anderen Ecke befinden sich gut gekleidete Mitglieder des Hauses Dominell. Zwanglos mit dem interessierten Blick eines Raubtieres. In einer weiteren Ecke sitzen die baroten Dutzenden, die sich keine besonderen Umstände gemacht haben, sich für ihren Leadsherr in Schale zu werfen. In der Zwischenverteid befinden sich Beseeler in ihren Akademiker rum mit entweder saurem oder besorgtem Gesichtsausdruck. Well then, answer me this, Master Barash. If you animancers represent our best hope to cure the legacy, what progress can you demonstrate? Im hinteren Bereich der Kammer sitzt der Dug in seinem Thron, ausgestreckt, ausgelaugt und dennoch aufmerksam und resolut. Nun, dann beantwortet mir das, Meister Barash. Wenn Ihre Beseele unsere größte Hoffnung darstellt, das Vermöchtnis zu sein, welchen Fortschritt könnt ihr dann vorweisen? Wie ich bereits gesagt habe, es geht hier nicht um Fortschritt, sondern um Potenzial. Mein Haus wäre einverstanden, Original. Wir sehen ein großes Potenzial in ihrer Zukunft. Und ich nehme an, dass deine prächtigen Gewinne während des Vermächtnisses nichts damit zu tun haben, oder, Domene? Das geht nur nicht mehr beides. Entweder geht die Beseelung oder dieses Land. Sie geben also zu, Meister Barash, dass die Beseelung keinen Schritt weitergekommen ist, um das Vermächtnis aufzuhalten. Nein, wir haben viele versprechende Experimente gemacht. Catman Azo zeigte... Catman Azo hat ein Kind ermordet, für eine komplette Verlust. Wir sollten ihn jetzt behalten, was er getan hat. Die Zähne werden es nicht verstanden. Catman Azo hat ein Kind ermordet, für einen völligen Fehlschlag. Wir sollten ihn für das, was er getan hat, einfach hängen. Die Dutzenden werden das nicht hinnehmen. Das Experiment ist fehlgeschlagen, doch seine Arbeit wurde sabotiert. Alle anwendenden Wesen werden sich plötzlich ihre Verurteilenden und unglaublich schauen Gesichter zu. Nur der Duk, ein wild aussehender Mann mit zottigem Bartschalter, eine Störung nicht zu beeindrucken. Ah, unsere neue Delegierte von den Spänztinkelrittern. Wie kommst du auf die Sabotage? Ich habe im Sanatorium vom Farnheim einen falschen Patienten getroffen, der Azo's Maschine herumbastelte. Wieso spielt das überhaupt eine Rolle? Das sind Menschen, die mit dem Leben unserer Kinder spielen würden. In der Tat. Selbst angenommen, es wäre Sabotage im Spiel gewesen, ist dieser Beseele Azo dennoch nicht verantwortlich hier. Jene, die mich hier kennen, kennen mich als jemand, der stets verurteilt. Kennt man, Azo sollte als unschuldig betrachtet werden. Jene, die mich kennen, kennen mich als jemand, der stets verurteilt. Kennt man, Azo sollte als schuldig betrachtet werden. Nein, das ist er nicht. Das war ein verantwortlicher Wissenschaftler, der manipuliert wurde. Ja, das ist er. Kennt man, Azo's Ambitionen übersteigen seine Moral. Die Eins oder die Drei? Das Eins klingt halt mehr Paladin-mäßig. Schwachsinn, diesem Beseele kann man nicht trauen. Schaut dir doch an, was in Erbhügel passiert ist. Unsere feierlichen Beschützer aus Burg Schmelztiegel können doch nicht einmal das Chaos beseitigen, das durch die Beseelung entsteht. Eure Gnade. Es wäre viel einfacher für uns, wenn unsere Ritter nicht so sehr damit beschäftigt wären, ihre Organisation davon abzuhalten, eine Revolution vor unsere Tür zu entfachen. Heritage Hill ist Blut in deinen Händen, Justizier. Du schaust ein blindes Eingang und schaust, was passiert. Justizier, Erbhügel ist Blut in deinen Händen. Du drückst dein Auge zu und siehst, was passiert. Ich war seit der Quarantäne in Erbhügel, obwohl die Ritter nicht in der Lage waren, den Schaden zu kontrollieren. So war nicht die Beseelung, sondern die Maschine dafür verantwortlich. Die Schmelztiegelritter sind hier schuldlos. Das war nicht die Auswirkung der Beseelung, sondern ein unhaltes Gerät in Ternovne. Ja, da ich auch eh bei den Schmelztiegelrittern hier vortrete, sollte ich nicht, ähm, sie jetzt hier in den Dreck ziehen, sondern wirklich sie in Schutz nehmen. Sehr gut. Sag uns, was du in Erbhügel gesehen haben willst. Dass das die erste war und die nicht so funktioniert hatte, wie sie wollten. Selbst wenn es so wäre, wie du behauptest, dann hätten wir dennoch eine Aussage, dass eine Gruppe von Beseelern nur zweit verbrachte. Ihr Herumpfuschen hat sicherlich etwas damit zu tun. Ich habe Grund zur Annahme, dass es andere am Turm waren, die dies getan haben könnten. Es leugnet niemand, dass sie eine gefährliche Maschine studiert haben, die sie nicht verstanden. Die folgenden Blinden der Ambitionen trafen nur wenig Vorkehrungen und ließen zu, dass persönliche Gefühle die Lösung des Problems verhinderten. Ähm, sind wir mal direkt und sagen, da waren noch andere am Turm. Die Beseelung hat viele Feinde. Du musst sie nur in diesem Raum umschauen, um das zu erkennen. Du begreifst das Wesentliche nicht. Überall, wo Beseeler sind, ist auch Desaster. Wir alle wissen, worum es bei Whitewinds Vermächtnis wirklich geht. Und es geht nicht um einen glänzenden Heiligen von Creed Sarris, also statt Reed Sarris, der sauer ist, nur weil er die falsche Brücke genommen hat. Ha, die falsche Brücke, wohl wahr. Ja, du jetzt. Es dreht sich um einen Haufen sogenannte Technik-Trailer, die sich mit der natürlichen Ordnung anlegen, während der Rest von uns dafür leiden muss. Wirklich, sollten wir uns nicht die Zeit nehmen, um einen deutlichen Schluss zu ziehen. Ich meine, welche Beweise haben wir denn? Mein Sohn und seine Tochter sind unter dem Boden meines Hauses begraben. Wir besitzen kein Land, weshalb wir sie dort begruben. Mein Sohn und meine Ehefrau ließen ihn einfach fallen, als sie ihn badete. Er bekam Wasser in den Dungen und konnte es nicht heraushusten. Meine Tochter, wir legten sie eines Abends ins Bett und am nächsten Morgen atmete sie nicht mehr. Diese Sache mit den Hohlgeburten, das nimmt kein Ende. Und das nimmt kein Ende, weil wir immer noch zulassen, dass diese Scharlatan in Gott spielen. Hier ist dein Beweis, du verdammter Kupferficker. Enough, Aedric. Lady Dominell macht ein Punkt. Wenn es Anomancy ist, dann warum die anderen Staten, die die Praxis nicht verletzten, haben die gleiche Geist? Wer von uns kann sagen, dass er wirklich versteht, warum die Legation hat hier gehalten? Kommt. Donne.